Angst vor dem Finanzamt. Kann ich als Rentner auf die Energiepreispauschale verzichten? Mein Name ist Peter Knödel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich möchte die 300 Euro Energiepreispauschale für Rentner nicht haben, weil ich befürchte, dass das Finanzamt mich möglicherweise wegen meinen Renteneinkünften prüft und rückwirkend Steuerforderungen erhebt, was ich vermeiden möchte. Kann ich auf die 300 Euro Energiepreispauschale für Rentner denn nicht eigentlich verzichten? Unabhängig von der Frage, ob Sie oder andere Betroffene verpflichtet sind, eine Steuererklärung auf Ihre Renteneinkünfte abzugeben und eventuell Einkommenssteuern zahlen zu müssen, stellt sich die Frage, ob ein Verzicht auf die 300 Euro Energiepreispauschale nach dem Gesetz für Renten- und Versorgungsbeziehende, kurz Rent-E-PBG, überhaupt möglich ist. Der Gesetzgeber hat das Gesetz so ausgestaltet, dass die Zahlung der 300 Euro Energiepreispauschale durch die Rentenversicherung eine staatliche Pflichtzuweisung ist, also eine Zahlungspflicht ist. Dieses Gesetz unterliegt keiner Ermessensausübung. Das heißt also, wer am 1.12.2022 eine Altersrente, eine Erwerbsminderungsrente oder eine Hinterbliebenenrente bezieht, seinen Wohnsitz in Deutschland hat und hier unbeschränkt steuerpflichtig ist, hat sozusagen diesen Zahlungsanspruch. Im § 1 Absatz 1 des Rent-E-PBG steht geschrieben, Rentnerinnen und Rentner wird eine einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro gewährt. Im Gesetz ist eine Wahlmöglichkeit auf diese Zahlung nicht vorgesehen. Im Gesetz ist auch nicht vorgesehen, dass man auf diese Rentenleistung gesondert verzichten kann. Auch ein allgemeiner Verzicht als Gestaltungsoption, hatte ich gerade gesagt, ist durch den Gesetzgeber nicht ins Spiel gebracht worden. Ein Verzicht auf diese 300 Euro wäre nach § 46 Absatz 1 Sozialgesetzbuch Nr. 1 nur dann möglich, wenn die Energiepreispauschale für Rentner eine Sozialleistung im Sinne des ersten Sozialgesetzbuches wäre. Jetzt schauen wir uns mal die Legaldefinition an, was eine Sozialleistung ist. Nach § 11 Satz 1 SGB 1 sind Gegenstand der sozialen Rechte die in diesem Gesetzbuch vorgesehenen Dienst, Sach- und Geldleistung, Klammer auf, Sozialleistung, Klammer zu. Da steht die Definition drin, was eine Sozialleistung ist. Und im SGB 1 ist die Energiepreispauschale als Sozialleistung überhaupt gar nicht erwähnt. Die gibt es da gar nicht. Das heißt also, die Energiepreispauschale ist keine Sozialleistung im Sinne des Sozialgesetzbuches Nr. 1 und damit können Sie auch keinen Verzicht ausüben gegenüber Ihrer Rentenversicherung auf Nichtzahlung oder auf Zahlung der 300 Euro Energiepreispauschale. Ein solcher Verzicht wäre schlicht und ergreifend aus unserer Sicht unwirksam. Liegen also die Anspruchsvoraussetzungen für die Zahlung der 300 Euro Energiepreispauschale für Rentner für Sie ab dem 01.12.2022 vor, werden Sie und andere Millionen Rentenempfänger wohl oder übel die 300 Euro gezahlt bekommen. Ob es dann im Jahr 2023 zu einer steuerlichen Veranlagung durch Ihr Finanzamt kommt, ist wie eingangs erwähnt eine völlig andere Frage. Sie selbst müssen entscheiden, ob Sie Ihrer Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung, wenn Sie erklärungs- und abgabepflichtig sein sollten, nachkommen wollen oder nicht. Das müssen Sie bitte selbst prüfen. Unter Umständen kann der Umstand, dass Sie die 300 Euro Energiepreispauschale erhalten haben, dazu führen, dass das Finanzamt Sie aufgrund einer Stichprobenprüfung auffordert, eine Steuererklärung abzugeben. Und dann entscheidet sich, ob Sie gegebenenfalls auch rückwirkend für Steuerzahlungen veranlagt werden. Das ist dann sozusagen Folge dieses Zahlungszwangs für die 300 Euro Energiepreispauschale. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel SAP